Nach 16 Jahren kehrt der umstrittene ORF-Moderator Armin Wolf, X, vormals Twitter, den Rücken. Linke Austro-Journalisten folgten ihm. Am Sonntag teilte Wolf seinen Followern auf X mit, dass er nach knapp 16 Jahren seinen Account stillgelegt hat. Gemeinsam mit Wolf haben unter anderem auch Falterschef Florian Klenk und Standardchef Gerold Riedmann X verlassen. Das hat den EU-Abgeordneten der FPÖ Harald Wilimsky zu einem Kommentar veranlasst. Gut, wenn die Linken sich auf ihre reichweitenlose Blasenplattform zurückziehen und dort machen, was sie am besten können. Untereinander streiten.